Guten Tag liebe Zuschauer, mein Name ist Tanja Penke und ich befinde mich hier in der Hörbar in Wuppertal-Elberfeld in der Friedrich-Ebert-Straße. Es ist ein ganz besonderes Akustik-Fachgeschäft, was ich Ihnen gerne mal näher zeigen möchte. Kommen Sie einfach mit und begleiten Sie mich. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben sich jetzt schon einen Überblick verschaffen können und nun möchte ich Ihnen gerne den Inhaber und Hörgeräteakustikmeister Alexander Tetzner vorstellen. Herr Tetzner, was ist denn das Besondere an Ihrer Hörbar? Das Besondere an meinem Unternehmen ist einfach, dass ich als unabhängiger Hörgeräteakustiker einfach mit allen Herstellern zusammenarbeite, mich auch ganz gezielt allen Problemen einfach annehmen kann, keine Beschränkungen habe. Dadurch, dass ich einfach vollkommen frei arbeite, kann ich dann auch wirklich für jeden das Optimum aus seinem Hören, aus seiner Hörschwerhörigkeit rausholen und somit einfach wirklich auch versuchen, ganz optimal auf meine Kunden einzugehen und brauche mich da dann halt nicht jetzt irgendwie von irgendwas beschränken zu lassen. Herr Tetzner, das klingt ja alles sehr interessant und informativ. Wie ich gehört habe, bieten Sie aber auch einen gratis Hörtest an. Da könnten wir doch mal gucken, wie es so um meine Ohren bestellt ist, oder? Na klar. Also, vielen Dank. mein hört es vielen dank naja es geht ja noch liebe zuschauer und das war übrigens die auszubildende frau köbbermann ja auch dieser betrieb bildet aus das ist natürlich auch wünschenswert zu erwähnen ja jetzt möchte ich mich gerne von ihnen verabschieden mit diesem tollen hört es von herren tetzner persönlich und ich gebe das wort an ihn selber noch mal ich möchte mich bei ihnen bedanken wünsche den zuschauern noch einen schönen tag und verabschiede mich an dieser stelle dann auch